Linux Mint oder Ubuntu? Welcher ist am Ende der Sieger? Bleibt dran, es wird spannend. Und hiermit euch ein herzliches Willkommen. Kurz bevor das Video losgeht, kommen wir zum heutigen Sponsor des Videos. Das ist heute wieder Hosting.de. Hosting.de ist ein mittelständisches Unternehmen aus Aachen, wo ihr günstig unter anderem Webspace oder Cloud Server mieten könnt. Seit einiger Zeit bietet Hosting.de auch Managed Next Cloud Server an, also euer eigenes Google Drive, nur Open Source, welches ausschließlich in Deutschland mit den deutschen Datenschutzstandards gehostet wird. Ihr könnt dies komplett kostenlos ausprobieren. Die Jungs von Hosting.de schenken euch dauerhaft 1 GB Cloud Speicher mit einer vollwertigen Next Cloud 20 dahinter, unter anderem mit Kalender, Kontakten, Zwei-Faktor-Authentifizierung und mehr. Das Beste ist, ihr braucht euch um das Technische der Next Cloud nicht zu kümmern, das machen die für euch. Ich verwende diese Managed Next Cloud selber privat mit meiner Familie, aber auch das Tux-Target-Team hat eine eigene Instanz und wir sind mehr als zufrieden. Ihr könnt direkt gleich loslegen, klickt dazu einfach auf den Link in der Videobeschreibung und probiert es kostenfrei ohne Bezahlabo oder ähnlichem aus. Ich habe auch schon mal ein Video dazu gemacht, das findet ihr jetzt rechts oben in der Infokarte. Zurück zum Video. Fangen wir doch mit dem Vergleich der Oberfläche an. Linux Mint bietet mit der hauseigenen Oberfläche Cinnamon eine klassische Oberfläche, in der man sich schnell zurechtfindet. Wir haben hier links unten unser Menü in verschiedenen Kategorien mit ein paar Favoriten. Hier unten verschiedene Anwendungen, die wir auch einfach hier mit einem Klick starten können. Und hier unten haben wir einmal einen Kalender, die Mediensteuerung, Netzwerkverbindung, Aktualisierungsverwaltung, dann wäre da noch der Akku und eben alles andere Technische. Ihr seht, das Ding ist sehr klassisch gehalten. Wenn man will, kann man diese Oberfläche aber auch sehr modifizieren. Ich habe dazu auch schon mal das ein oder andere Video gemacht, könnt ihr jetzt rechts oben mal anschauen. Aber eines ist bei dieser Oberfläche Cinnamon ganz klar, die ist hier auf Produktivität ausgelegt. Der Nutzer findet sich hier in der Regel sehr schnell zurecht. Und sagen wir so, es ist wirklich einer der besten Desktops, die es unter Linux gibt. Touchscreen Support ist auch mit drinnen, wobei das könnte an manchen Stellen etwas besser sein. Beispielsweise das Menü hier funktioniert noch nicht richtig mit dem Touch Support. Das könnte wirklich mal besser werden. Ansonsten nutze ich das auch auf meinem Laptop mit Touchscreen Support. Aber Cinnamon geht auch über den klassischen Betrieb hinaus. Man kann beispielsweise mit Alt F1 hier dann auch nochmal verschiedene Arbeitsflächen anlegen und mit diesen arbeiten. Oder wenn wir verschiedene Anwendungen offen haben, können wir aktive Ecken einrichten. Und dann hier beispielsweise rechts unten, wie ich das gerne habe, alle Fensteranzeigen auswählen. Und wenn wir jetzt hier runter gehen, haben wir dann hier alle Fenster nochmal zur Auswahl und können jeweils das öffnen, was wir bevorzugen. Wichtig ist, Linux Mint hat natürlich ansonsten noch Animationen. Nur habe ich das jetzt mit meiner virtuellen Maschine nicht auf die Schnelle hinbekommen. Stellt es euch einfach smooth mit schönen Animationen vor. Kommen wir anstattdessen zu Ubuntu. Ubuntu bietet mit dem GNOME 3 Desktop unter der Haube einen alternativen, schicken, sehr modernen Desktop, der doch einiges mehr hermacht als Linux Mint, würde ich mal sagen. Und auf den ersten Blick sicher auch sehr, sehr viel Spaß macht. Wir haben hier links eine Seitenleiste, wo wir dann auch verschiedene Anwendungen öffnen können. Beispielsweise hier der Dateimanager oder beispielsweise The Rhythm Box. Hier links unten haben wir einmal unser Menü mit verschiedenen Anwendungen, welche man auch mittlerweile in eigene Ordner reinziehen kann. Das ist ganz cool gemacht. Aber wenn man die linke obere Ecke aktiviert, kommt man hier auch einmal in so eine schöne Anwendungsübersicht, hat hier direkt die verschiedenen Arbeitsflächen, wo man dann verschiedene Anwendungen auch direkt hinschieben kann. Oder hat eine grandiose Suche, die eine der besten Suchen auf einem Desktop-Rechner sind, die es gibt. Allerdings merkt man bei diesem Desktop, dass die Einstellungsvielfalt nicht ganz so groß ist. Man schafft schon viele verschiedene Einstellungen, aber teilweise auch nur über den Terminal. Wenn man beispielsweise während dem Tastatur-Tippen das Touchpad trotzdem noch aktivieren will, muss man das hier bei GNOME beispielsweise nur über einen Terminal-Befehl machen, den man jetzt nicht so auswendig weiß. Für den täglichen Gebrauch macht es aber trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Und meiner Meinung nach macht dieser Desktop hier auch etwas mehr her, als der quasi schon fast öde Linux-Mint-Desktop. Ja, das wäre es zur Oberfläche. Kommen wir denn doch zu den Programmen. Das ist doch auch sehr, sehr wichtig, was hier drauf läuft. Vorerst, Linux-Mint passiert technisch gesehen auf Ubuntu. Also man bekommt jedes auf Ubuntu laufende Programm auch auf Linux-Mint zum Laufen. Da beide so ziemlich die populärsten Distros sind, läuft quasi jedes Programm, welches unter Linux läuft, auf beiden Distributionen. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Beide haben ähnliche Anwendungsverwaltungen. Wenn wir hier mal bei Linux-Mint schauen, können wir die hier einfach öffnen. Können beispielsweise nach GIMP oder Inkscape oder Blender suchen und können das mit einem Klick ganz einfach installieren. Bei Ubuntu geht das auch so ähnlich. Wir können hier einfach Ubuntu-Software öffnen, heißt es hier. Können beispielsweise Signal Desktop hier installieren. Wählen Installieren aus, geben unser Passwort hier ein. Und Signal wird auch schon hier installiert. Doch gibt es in anderer Hinsicht einen großen Unterschied, der die Linux-Gemeinschaft vielleicht etwas spaltet. Linux-Mint hat Flatpak als neue Programmtechnologie. Ubuntu setzt auf Snap. Ganz kurz für die Leute, die das jetzt das erste Mal hören. Das sind neue Paket-Technologien, die es vereinfachen, egal welches Linux man am Laufen hat, dass das Programm unter Flatpak oder Snap eigentlich immer auf fast jedem Linux läuft. Und auch noch verschiedene andere Verbesserungen mit sich bringt. Und ja, Flatpak ist die deutlich freiere Variante. Die wird von der Community entwickelt und ist auch der Favorit von vielen, vielen anderen Linux-Distributionen. Darauf setzt Linux-Mint, wie gesagt. Und hier finden wir eigentlich auch jede Anwendung, die man braucht. Das ist wirklich unglaublich. Auch in der Anwendungsauswahl nehmen sich Snap und Flatpak nicht viel. Aber ganz wichtig ist auch, beide Technologien beißen sich nicht, laufen jeweils auf beiden Systemen auch gleichzeitig. Also ist das hier nur die Standardkonfiguration. Aber wie viele Nutzer nutzen denn ihr Linux in der Standardkonfiguration? Ich denke, das sind die meisten. Snap hingegen wird ausschließlich von Canonical entwickelt und gehostet und ist daher nicht ganz so frei. Allerdings ist die Anwendungsauswahl besonders im Serverbereich viel, viel größer. Und die Programmentwickler erhalten besseren Support, wodurch sich sonst Linux-fremde Anwendungsentwickler gerne für Snap entscheiden. Da sieht man viel Professionalität. Wichtig ist bei Snap auch, dass hier auch viele große Firmen offiziell ihre Linux-Anwendungen hierüber veröffentlichen. Bei Flatpak gibt es quasi auch fast alle Desktop-Anwendungen, die wir hier finden. Die aber meistens nur von der Community selber gehostet werden, also keinen offiziellen Support von der offiziellen Firma erhalten. Wobei, das ist andersrum bei den Open-Source-Projekten. Also am Ende gibt sich das nicht viel. Aber am Ende sind beide Technologien sehr, sehr stark, sehr funktionstüchtig und schenken sich für den Endanwender selber eigentlich gar nicht so viel. Also im Punkt Programme würde ich hier ganz ehrlich ein klares Unentschieden geben. Wer aber ein bisschen mehr auf Freiheit, würde ich mal sagen, setzt, da gewinnt Linux Mint mehr mit dem Flatpak. Außerdem kommt bei dem Snap hinzu, dass Ubuntu manchmal ungefragt auch Snap-Pakete installiert. Vielleicht will man das nicht immer. Ja, das wäre es zu den Programmen. Kommen wir doch von den Programmen direkt zu den Updates. Da Linux Mint auf der Ubuntu-Basis sitzt, gibt es bei Linux Mint maximal 5 Jahre Updates für eine Version. Alle 2 Jahre erscheint eine neue große Version, wenn man so will. Alle 6 Monate erscheinen dann, ich würde mal sagen, Service-Pak-ähnliche Updates, die viele coole neue Funktionen mitbringen. Falls ihr die Neuerungen von der Linux Mint Version 20.1, das ist so ein Service-Pak-Update, wenn man so will, noch nicht kennt, findet ihr jetzt rechts oben ein Video dazu. Die großen Ubuntu-Versionen erscheinen ebenfalls alle 2 Jahre und erhalten auch 5 Jahre Updates. Allerdings gibt es hier seit neuestem für Firmen die Option, insgesamt 10 Jahre Updates für eine LTS-Ubuntu-Version zu erhalten. Dafür muss man dann aber zahlen. Das ist aber dennoch sehr attraktiv. Außerdem gibt es im Gegensatz zu Linux Mint auch alle 6 Monate neue Versionen, die aber nichts mit dieser Langzeit-Version zu tun haben, die sogenannte LTS-Version. Diese kleinen neuen Versionen erhalten auch nur 9 Monate Updates, sind für den normalen Betrieb auch wirklich nicht zu empfehlen. Wenn wir mal dahin kommen, wie Updates auf Ubuntu-Linux Mint gemacht werden, gewinnt meiner Ansicht nach hier ganz klar Linux Mint. Linux Mint hat die beste Aktualisierungsverwaltung, die ich bis jetzt unter Linux gesehen habe und unterstützt auch die Option für automatische Aktualisierungen. Dazu müssen wir nur in die Einstellungen, Automatisierung und können hier mit einem Klick die Aktualisierungen automatisch anwenden lassen und sogar eine automatische Wartung durchführen. Das fehlt bei Ubuntu soweit, wobei Sicherheitsaktualisierungen da auch automatisch installiert werden. Kann man zumindest so einstellen. Diese automatischen Aktualisierungen sind vor allen Dingen beispielsweise für die Oma, die das nutzt, sehr sehr praktisch. Man muss sich nicht drum kümmern. Die Automatisierungsverwaltung managt sich dann komplett von selber und die Nutzer werden nicht mal davon mitbekommen. Und wahrscheinlich wissen manche dann auch gar nicht, dass ihr Rechner überhaupt eine Aktualisierungsverwaltung hat. Aber unter Ubuntu sind die Updates auch kein Hexenwerk. Man kann hier die Aktualisierungen aufrufen. Die erscheinen auch irgendwann mal, ich glaube einmal wöchentlich automatisch. Dann kommt hier ein ganz kleines Fenster hoch. Okay, wollen wir jetzt unsere Aktualisierungen installieren? Kann man hier auch draufklicken. Dann wird es auch installiert. Ist also auch gar kein großes Hexenwerk, wobei da die Einstellungsmöglichkeiten fehlen. Linux Mint geht sogar so weit, dass wir hier sogar in gewisser Weise unsere Pakete warten können. Also wir können hier natürlich einmal PPAs und so weiter einstellen. Das gibt es auch unter Linux Mint alles. Man kann hier aber auch automatische Wartungen hier durchführen, was für die Administration einfach nur wirklich Zucker ist. Geht zwar auch alles unter Ubuntu, aber dann nur mit Terminalbefehlen. Und da setzt Linux Mint meiner Ansicht nach nochmal groß einen drauf. Deswegen würde ich hier im Punkt Updates Linux Mint ganz klar nach vorne wählen. Allerdings sollten sich Firmen überlegen, ob sie unter Umständen den kostenpflichtigen 10-Jahre-Support von Ubuntu in Anspruch nehmen würden. Dann würde die Entscheidung vielleicht anders ausfallen. Kommen wir doch zur Philosophie. Linux Mint selber ist ein Community-Projekt, welches sich ganz früher von Ubuntu abgespalten hat, da einige Nutzer mit der Entwicklung von Ubuntu nicht einverstanden waren. Besonders in den letzten Jahren merkt man, dass Linux Mint sehr sehr beliebt bei vielen Nutzern wird und vor allem auch Ubuntu-Benutzer an sich zieht. Wenn wir mal bei Ubuntu schauen, Canonical ist eine Firma aus London und entwickelt seit 2005 Ubuntu. Ubuntu fand dann schnell Beliebtheit und lockte vor allem neue Linux-Nutzer an. Ubuntu hat sich auf die Fahne geschrieben, sehr einfach zu funktionieren. Das haben sie eben dann auch durch einen sehr sehr einfachen Installer und einigen Tools geschafft, die eben vieles vereinfacht haben. Canonical ermöglichte es damals erstmals Technik-Line Linux zu nutzen. Allerdings hatte sich Ubuntu bzw. Canonical in der Vergangenheit immer wieder mit den eigenen Nutzern verscherzt. Sei es die Entwicklung von GNOME 2 hinweg zu dem eigenen Desktop-Unity, die Datenübertragungen an Drittanbieter wie Amazon, Twitter und Co., die voreingestellten Übertragungen von Systemdaten oder das schon fast versteckte Installieren von Snap-Paketen ist vielen Nutzern sauer aufgestoßen. Allerdings hat Canonical als Firma auch seine Vorteile. Sie bieten professionellen Support an und bieten für technikfremde Firmen somit echt viele Vorteile. Das darf man auch wirklich nicht unterschätzen. Linux Mint als Community-Projekt finanziert sich rein aus Spenden und entwickelt ein Ubuntu seit Jahren weiter, weil sie einfach ein gutes Betriebssystem entwickeln wollen. Canonical hingegen entwickelt in gewisser Weise, würde ich mal sagen, nur genauso viel, wie es nötig ist, um im Desktop-Markt mitzuhalten mit vielleicht dem wenigsten Aufwand. Hiermit gebe ich persönlich bei der Philosophie Linux Mint den Punkt. Falls die Frage aufkommt, ob Linux Mint irgendwelche Suchanfragen oder Daten sendet, kann ich euch beruhigen. Das tun sie nicht. Kommen wir zum Punkt Produktivität. Hier gewinnt meiner Ansicht nach ganz klar Linux Mint. Dadurch, dass Linux Mint einen eigenen Desktop entwickelt und sogar eine eigene App-Serie hat, das ist die sogenannte X-App-Serie, versuchen die Entwickler alle Komponenten miteinander bestens zu verzahnen und so ein grandioses Gesamtpaket anzubieten. Diese Verzahnung merkt man beispielsweise wieder in der letztens hinzugefügten Favoriten-Version. Probieren wir das doch mal aus. Ich erstelle hier ein ganz einfaches Dokument. Mein neues Video. Zack, ganz einfach. Ich kann hier das Ganze rechts klicken, kann hier das zu den Favoriten hinzufügen und dann sehen wir das Ganze einmal hier vorne im Dateimanager, einmal hier unter Favoriten, dann einmal hier rechts unten auch nochmal, einmal im Menü auch jetzt unter Favoriten oder wenn wir unsere Textbearbeitung öffnen, die heißt XET oder XED, einen Teil der X-App-Serie können wir hier in Datei unter Favoriten auch diese Datei finden. Das ist wirklich unglaublich, wie man so ein einfaches Feature dann doch so verknüpfen kann und so ganz einfache Ideen einfach grandios implementieren kann. Sowas habe ich unter der Linux-Welt noch nicht gesehen. Generell bin ich persönlich unter Linux Mint einfach viel produktiver, weil, wie gesagt, solche Verzahnungen von Komponenten einfach überall sind. Beispielsweise, wenn wir im Dateimanager eine ISO-Datei haben, finden wir hier dann auch automatisch, erstelle einen USB-Bootstick oder so. Man hat ja wirklich versucht, maximale Kompatibilität zwischen den einzelnen Anwendungen implementiert. Allgemein gibt es viele hilfreiche Tools, die den Arbeitsalltag ungemein erleichtern, seien es beispielsweise die grandiosen Web-Apps, Warpinator für die Dateiübertragung, die Aktualisierungsverwaltung, das Datensicherungswerkzeug, Timeshift, Systemberichte, die Systemeinstellungen oder seien es am Ende nur die einfachen Klang-Einstellungen direkt in der Taskleiste. Das alles sind keine komplett neuen Features, aber die Linux-Mitentwickler nehmen eine bestimmte Idee und bauen sie bestmöglich in das bestehende Ecosystem ein. In der Hinsicht hat Ubuntu mit GNOME 3 nicht ganz so viel zu bieten, allerdings hat man hier beispielsweise auch, wie schon vorhin gezeigt, auch beispielsweise direkt Kalendereinträge für Termine oder die allumfassende Suche, die Dateien, Programme, Kontakte, Systemeinstellungen und vieles mehr durchsucht. Generell ist Ubuntu auch ein gelungenes Gesamtsystem, finde ich, in der sich der Nutzer auch sehr, sehr wohl fühlt, aber in puncto Produktivität bringt hier Linux Mint meiner Ansicht nach schon den ein oder anderen größeren Vorteil, könnte aber in dem Fall auch viel Geschmackssache sein. Ja, kommen wir zum Fazit. Wer seinen Rechner einfach nur nutzen will, zweimal am Tag ins Internet geht und seine Mails checkt, macht mit beiden Systemen absolut nichts falsch. Bei Ubuntu direkt ist man aber doch, ich würde sagen, mehr der Lust und Laune von Canonical ausgesetzt, was in der Vergangenheit immer wieder mal zu nervigen Bugs oder unerwünschte Änderungen geführt hat. Das sagt einfach jetzt meine Erfahrung von den letzten Jahren. Ich habe Ubuntu immer mal wieder langfristig ausprobiert. Arbeitet man aber in der Woche teilweise tagelang, dann kann Ubuntu mit dem GNOME 3 Desktop schon an manchen Stellen etwas nervig werden, weil manchmal so einfache und selbstverständliche Funktionen dann doch nicht mal so funktionieren, wie man es erwartet. Beispielsweise eine einfache Zwei-Listen-Ansicht im Dateimanager fehlt heute noch. Oder wenn wir auf den Wurzelordner greifen wollen, müssen wir hier einmal auf andere Orte und auf Rechner. Das beschäftigt natürlich nur den Power-User, aber solche Sachen können halt ganz einfach auf die Dauer etwas nervig werden. Ja, wer jetzt der Gewinner dieser beiden ist, das muss jeder für sich entscheiden. Ich muss sagen, für mich ist es ganz klar Linux Mint, weil ich selber arbeite eben wirklich täglich an dem Rechner mehrere Stunden, teilweise tagelang. Da hat mich persönlich bis jetzt ein GNOME 3 als Oberfläche noch nie hundertprozentig richtig überzeugt. Es gibt natürlich auch verschiedene Derivate unter Ubuntu, beispielsweise Kubuntu oder Ubuntu Mate, die sind natürlich auch alle nicht schlecht. Aber wenn man dann auf die Verzahnung der einzelnen Komponenten zu sprechen kommt mit den verschiedenen Tools, gewinnt meiner Ansicht nach ganz klar Linux Mint. Auch wenn wir es in Bezug auf die Philosophie oder die Updates sehen, hat Linux Mint hier meiner Ansicht nach ganz klar die Nase vorne. Wie sieht es bei euch aus? Welches System bevorzugt ihr? Und warum bevorzugt ihr dieses System? Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt und wünsche euch hiermit jetzt noch einen wunderschönen guten Abend. Vielen, vielen Dank nochmal für hosting.de, fürs Sponsoren des Videos. Schaut da gerne bei denen vorbei. Erster Link in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach wieder im nächsten Video. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Tschau. Tschau.